Man muss ja nicht immer nur mitgehen, aber gerade wenn man den geschehen Wind hat, oder bergauf, ist das eine schöne Sache. Ich trage auch gerade. Ne, das ist eine feine Sache, man muss ja nicht ständig. Das ist eine feine Sache. Gerade wenn man rückwärts, also gegen den Wind fährt, oder bergauf, dann schalte man kurz an und dann fährt man ganz normal weiter. Man muss ja das gar nicht so verwöhnen, dass man ständig damit schwert. Ja, oder dass man eben zu doll zuschaltet, ne? Das muss nicht der Sand da eigentlich sein.